Wir haben einen Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt und die Zahlen für das erste Halbjahr 2016 sind gut. 2,1 Prozent Wachstum in Nordrhein-Westfalen. Die Wirtschaft bewegt sich wieder nach oben. Das ist etwas, was wir für die Menschen in unserem Land sehr gut gebrauchen können, für die Wirtschaft, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Insbesondere der Dienstleistungsbereich entwickelt sich hervorragend. In der Industrie haben wir aber noch Nachholbedarf, was damit zu tun hat, dass wir wieder mehr Verlässlichkeit und Planbarkeit z.B. in der Energiepolitik brauchen. Klimaschutz, aber eben auch Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit müssen wieder in den Mittelpunkt rücken. Das Gute an der jetzt positiven Entwicklung ist, dass Menschen Arbeit haben, dass Menschen gute Arbeit haben. Noch nie waren in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt wie jetzt. Und an dieser Erfolgsstory wollen wir hart weiterarbeiten. Wir sind sicher, dass uns das gelingen wird, dass wir diesen Aufbruch, den wir mit diesen guten Zahlen jetzt gestalten können, fortsetzen werden. Auch über 2016 und 2017 hinaus. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020